Wenn Bagger Gruben ausheben ist es meist ein gutes Zeichen für die Wirtschaft. 2023 waren Baumaschinen aber wenig im Einsatz. Auch 2024 stehen heimische Häuslbauer auf der Bremse. Einer der Gründe warten auf das von der Bundesregierung angekündigte Wohnbaupaket. Die auf Wohnbauförderungen spezialisierte Hypo Oberösterreich hat jetzt erste Details. Die Grundbuchseintragungsgebühr entfällt. Das ist schon klar, das gilt seit 1.4. Das zweite Thema, die günstigen Wohnbauförderungsteile für Privatpersonen. Da sind wir ganz massiv am Arbeiten mit dem Wohnbauresort des Landes Oberösterreich und ich rechne schon damit, dass in den nächsten zwei, drei Wochen hier Klarheit bestehen wird. Klar ist auch, dass im Vorjahr alle Banken deutliche Rückgänge bei privaten Wohnkrediten gespürt haben, teilweise mit Einbrüchen von über 50 Prozent. Wir haben nur ein Minus von 23 Prozent gehabt im letzten Jahr im Neugeschäft, private Wohnbau. Wir haben immer schon eine sehr vorsichtige Kreditpolitik betrieben. Umso mehr hat man das natürlich auch in kritischeren Zeiten zu tun. Insgesamt ist das Linzer Geldhaus mit über 400 Mitarbeitern mit dem 2023er-Geschäft zufrieden. Der Gewinn ist auf 42,9 Millionen Euro gestiegen. Ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz anhaltender Wirtschaftskrise rechnet die Hypo mit einer positiven Entwicklung im zweiten Halbjahr 2024. Dass auch die Zinspolitik der EZB reagiert, dass die Zinsen etwas gesenkt werden um ungefähr 0,75 bis 1 Prozent bis zum Jahresende und dass wir dann wieder gut gerüstet in einen Aufschwung starten können. Die Anzahl der Online-Kunden ist im Vorjahr um ein Fünftel gestiegen. Insgesamt hat das Geldhaus 2023 über 6 Millionen Finanztransaktionen online durchgeführt. Nur mehr 20.000 Überweisungen sind am Schalter abgewickelt worden.